Nokia XR21, wir schauen uns das robuste Smartphone gleich nachher an. Hallo, ich bin Stefan von Brodros und ich bin Markus von Brodros. Markus, was hast du denn heute Spannendes dabei? Das Nokia XR21. Jawohl, und ich nehme es auch schon mal in die Hand und muss sagen, das ist doch gar nicht robust, oder? Oh doch, es ist nur ein sehr elegantes Design, aber es ist tatsächlich robust. Okay, aber dann lassen Sie uns vielleicht mal auf die Äußerlichkeiten eingehen, weil wenn es robust ist, dann müsste man das ja anhand des Displays irgendwie sehen, was ist da verbaut? Ja, da haben wir das Gorilla Glass Victus verbaut, also eines der stärksten Gorilla Glass, die es gerade gibt. Okay, und auf der Rückseite, also es fühlt sich insgesamt echt wirklich wie ein Smartphone an, vielleicht ein bisschen dicker, aber da ist was ganz Besonderes drin. Ja, das ist halt so ein aufprallgeschütztes Polycarbonat und wir haben auch an den Seiten so TPU-Stoßfänger, das heißt, die sind dann noch ein bisschen, wenn es auf die Kante fällt, nochmal etwas abgedämpft. Und vielleicht hier, das sieht man also auch, ich versuche hier in der Kamera mal zu zeigen, also das ist quasi hier auch ein bisschen der Rand ist übergezogen übers Display, sodass also wenn es auf das Display fallen würde, dann halt auch deutlich geschützter ist. Bevor wir das aber gleich testen, ob es wirklich so robust ist, dann schauen wir uns vielleicht nochmal an, hier ist ein 3,5 mm Klinkenanschluss, das beachtlich, der ist offen. Dann haben wir hier den Fingerprint-Sensor, der ist in dem einen Aus verbaut. Fingerprint ist natürlich jetzt beim Outdoor-Telefon irgendwie schwierig, aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit zur Entspannung. Ja, also wir haben auch einen Face Unlock. Okay, ja, ich glaube, dass das einfach wichtig ist. Hier unten haben wir den USB-C. Wirklich praktisch finde ich auch diese Schnellzugriffstasten, das ist hier an der Seite eine und hier oben. Und das kann man dann auch im Menü einstellen unter Schnellzugriffstasten und kann das dann auch entsprechend konfigurieren, sodass man sagen kann, welche App oder welche Anwendung ich da oben drauf haben möchte, weil in der taffen Umgebung braucht es dann vielleicht auch mal eine spezielle Taste, Markus. Ja, jetzt haben wir gesagt, wir gucken auch mal, ob es wirklich so stabil ist, wie es angeblich sein soll. Und jetzt machen wir mal den Live-Test, ich weiß nicht, ob das Glas, wie ist dein Tipp, Markus? Ja, ich glaube nicht, dass es brechen wird, das Glas und das Telefon wird es auch aushalten müssen. Und das Telefon auch nicht, also dann. Gut, ja, also ich würde sagen, es hat ein paar kleine Einschlagstellen auf der Rückseite, aber es ist also weder das Glas noch das Telefon kaputt gegangen. Wir haben es auch vorher schon mal einmal quer durchs Studio gefeuert und das hat also auch wirklich gut geklappt. Das Telefon hat es überlebt. Am Ende muss es ja auch so sein. Da gibt es eine spezielle Schutzklasse auch, Markus, die zwar jetzt nicht nur was gegen Schlagfestigkeit, sondern auch Wasser und Staub, IP-Zertifizierung. Genau. Das ist ganz spannend. Sagen wir uns da mal was dazu. Ja, also wir haben da klassisch, also Military Standard nennt sich das summa summarum und wir haben eine IP-69K. Das bedeutet, dass wir auch, ja, also das Gerät auch heißes Wasser verträgt bis zu 80 Grad. Man könnte es sogar mit einem Dampfstrahler, Hochdruckreiniger abstrahlen und zwar mit 10 cm Abstand. Also auch das wird es aushalten. Also wenn ihr wollt, dass wir das in einem Outdoor-Video mal drehen, dann hinterlasst das dringend in den Kommentaren. Also müsst ihr uns sagen, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, dass wir das irgendwie mal live testen hier. Ja, also dann lass uns vielleicht mal zurückkommen von der Schutzklasse zu den offensichtlichen Dingen. Display, was ist da verbaut? Da haben wir ein 6,49 Zoll Display mit 120 Hertz. An der Front haben wir, sehen wir, auch die Kamera mit 16 Megapixel. Und dann drehe ich vielleicht gleich mal. Genau, auf der Rückseite haben wir 64 Hauptkamera und dann noch eine 8 Megapixel Ultraweitkamera. Also eine Weitwinkelkamera. Eine Dualkamera, damit irgendwie ganz ordentlich ausgestattet. Dann lass uns mal darüber sprechen, wie das Gerät angetrieben ist. Also was ist für ein Chipset verbaut? Ja, wir haben ein Snapdragon verbaut, den 695 5G. Okay, also 5G-Gerät, damit tendenziell aber eher ein Mittelklasse-Chipset. Dann gucken wir uns gleich zum Ende auch mal an, ob es auch ein Mittelklasse-Smartphone-Preis ist. Da bin ich ganz gespannt. Nokia ist ja dafür bekannt, dass sie auch bei Akku- und Schnellladefunktionen immer ganz gut was vorlegen. Wie sieht es da aus? Also ist dir schon aufgefallen, das Gerät ist ein bisschen filigraner für ein Rocket-Device. Wir haben trotzdem 4.800 mAh Akku drin und mit der 33 Watt Schnellladefunktion auch. Okay, also das ist ja ganz ordentlich. Dann lass uns vielleicht nochmal, wenn wir Chipset schon angesprochen hatten, auch aufs Betriebssystem kommen. Und dann gibt es ja auch noch ein paar ganz Nokia-typische Dinge zum Thema Upgrades und Updates. Ja, also wir haben von der Software her ein Android 12 aktuell drauf und wir haben diese 4 Jahre Sicherheits-Update-Garantie. Wir haben 3 Jahre OS-Garantie, also OS-Upgrades und es gibt 3 Jahre Hersteller-Garantie. Okay, also das finde ich tatsächlich besonders, die 3 Jahre Hersteller-Garantie. Hinterlasst ihr mal in den Kommentaren, wie ihr findet, dass jetzt ein aktuelles Produkt noch mit Android 12 ausgeliefert wird. Da sind wir ganz gespannt, wie ihr das findet. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zum Thema Speicher. Wie sieht es da aus? Ja, wir haben 6 Arbeitsspeicher und 128 Speicher. Und erweiterbar? Leider nicht. Leider nicht. Dann wird vermutlich der Dual-SIM-Slot wirklich für 2 SIM-Karten genutzt? Genau, richtig. Und mit einer eSIM am Ende des Tages ja auch. Okay. Ja, ich glaube ganz wichtig ist auch, dass man bei so einem Outdoor-Telefon das auch in taffen Umgebungen benutzt. Man sieht es, hier hinten haben wir ja die Dellen hinterlassen. Und wichtig ist aber halt auch, manchmal hat man auch schmutzige Hände oder man arbeitet mit Handschuhen. Was verspricht Nokia da bei der Bedienung? Ja, also nasse Hände ist kein Problem. Auch Handschuhe, das heißt Bauhandschuhe oder Gartenhandschuhe, kein Problem, das damit zu bedienen. Die Schnellzugriffstasten sind natürlich da auch immer sehr hilfreich bei dem Ganzen, die wir vorhin gezeigt haben. Und das Thema Nachhaltigkeit auch bei diesem Gerät wieder, das Innengehäuse zum Beispiel, das ist aus 100% recyceltem Aluminium. Okay, also da tut ja Nokia eine ganze Menge dafür zum Thema Nachhaltigkeit. Aber ich würde sagen, wir zeigen jetzt einfach mal, wie sich es mit einem Handschuh bedienen lässt. So, jetzt mal mit Handschuhen machen wir jetzt mal wirklich den Live-Test. Und man merkt schon, wenn man es einfach nur so ein bisschen drüber fährt, geht es nicht. Aber man muss ein bisschen mehr Druck ausüben aufs Display. Und dann spricht es auch wirklich gut an. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal in Maps rein und schauen uns das an. Also beim zweiten Mal habe ich es auch ganz gut getroffen. Also wirklich funktioniert sicherlich nicht so viele Geraden wie mit den Händen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen grobschlechtiger hier mit den Handschuhen. Ja, dann werde ich die Handschuhe immer wieder los, Markus. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was kostet das Produkt denn und ab wann wird es verfügbar sein? Genau. Also das Produkt ist ab sofort verfügbar, wurde im Juni 2023 vorgestellt und liegt bei 5,99 Euro. Ja, jetzt sind wir ganz gespannt, wie ihr diese 5,99 einordnet. Hinterlasst es mal in den Kommentaren. Und natürlich abonniert den Kanal, lasst ein Like da und Glocke setzen auch nicht vergessen. Wir freuen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.